Petra Krause wurde dann 1975 verhaftet, gelangte dann in Isolationshaft und machte dann Geschichte, möchte man sagen, weil sie sich gegen diese Isolationshaft gewehrt hat. Sie trat in den Hungerstreik. Ja, die Krause trat mehrfach in den Hungerstreik, wie auch viele andere Terroristen in dieser Zeit. Man muss darauf betonen, dass in der Schweiz die Untersuchungshaft in der Regel auch isolationshaft ist. Aber das Gefängnis und die Zustände im Gefängnis bis in die 70er Jahre sehr wenig Thema waren. Also das war öffentlich wenig bewusst, was da eigentlich zu und her geht. Und insbesondere für Frauen in Bezirksgefängnissen, dass eigentlich wirklich schwierige Verhältnisse waren, weil die meisten Insassen Männer sind. Und dann für Frauen zum Beispiel frische Luft. Also ein Spaziergang an der frischen Luft war dann häufig gar nicht möglich, weil eben das für die einzelne Frau in einem Männergefängnis zu gefährlich sei. Und das waren wirklich Zustände, die haben Petra Krause sehr zugesetzt. Ja, sie ist richtig abgemagert und krank geworden. Und das eigentlich bevor sie in den Hungerstreik getreten ist. Hat dann aber durch mehrere Hungerstreiks schon auch immer wieder bewusst auch den eigenen Körper als Waffe verwendet. Das ist also eine Möglichkeit, das hat sie so auch geschildert, eben nicht nur als Opfer dazustehen, sondern auch zu agieren im Gefängnis, wo man sich ja häufig auch sehr ohnmächtig vorkommt. Und hat da dann sehr viel öffentliche Wirksamkeit erzielt. Also in der Schweiz eben sind die Medien, haben sehr viel darüber berichtet, aber auch in Italien. Also in Italien wurden Rufe laut, ja die Schweizer Gefängnisse, das sei ja wie Auschwitz. Das waren also dann sehr, sehr schlimme Berichte. Es wurde ein parlamentarisches Komitee von Frauen aus Italien, die kamen dann und haben dieses Gefängnis inspiziert. Es gab Demonstrationen, es wurde sogar ein Schweizer Reisebüro in Mailand. Da gab es einen Bombenanschlag, eben aufgrund der Haftzustände in Sachen Petra Krause. Irgendwann mal hat die Schweiz beschlossen, Petra Krause nach Italien auszuliefern, unter dem Versprechen, dass ihr dort ein Prozess gemacht würde und dass sie nachher wieder in die Schweiz zurückgebracht würde, damit ihr hier der Prozess gemacht würde. Sie wurde zwar ausgeliefert, aber kam nie zurück. Es kam dann zu einem Prozess gegen Daniele von Arp und Peter Eggloff, was ein Teil dieser Bande, zu der sie gehört hat. Jetzt, wie haben denn die Medien, Dominique Grisard, diese Petra Krause dargestellt? Frauenfiguren werden häufig dargestellt und da ist Petra Krause keine Ausnahme. Eben einerseits als Verführerin, Verführerin dieser jungen Männer, eben vor allem auch, weil sie ein bisschen älter war, dass diese jungen Männer an ihrem Rockzipfel alles täten. Also unter anderem eben, dass die jungen Männer auch in den Hungerstreik treten würden, wenn sie das sagte und sie sich dann aber irgendwie einfach, ja, da futierte, wenn es denen schlecht ging. Und gleichzeitig wurde sie dargestellt auch als Fremde, eben als eine, die nicht Schweizerin war, die besonders gefährlich war, weil sie eben tatsächlich aus Italien und, also da diese Kontakte hatte er in Italien und Deutschland, tatsächlich hatte sie aber auch Kontakte zu Frankreich, sie wurde da ganz stark eben als Nicht-Schweizerin dargestellt und das verknüpft, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, eben Terrorismus ist etwas Fremdes, etwas, das nicht in der Schweiz passiert. Und deshalb wurden auch diese jungen Schweizer eigentlich verharmlost. Die wurden häufig als, ja, Pfadfinder, als Bubis, als nicht wirklich ernst zu nehmen, die sind einfach irgendwie auf eine Art doch Mitläufer, eben nicht der Kopf der Bande. Sie war diejenige, die bestimmt habe und sie sind einfach mitgelaufen. Das Interessante aber war, dass dieses Bild dann doch nicht funktionierte, weil die Petra Krause von der äußerlichen Erscheinung her sehr dünn, zerbrechlich, sehr feminin daherkam. Und da dann die Medien dann irgendwie das nicht zusammenkriegten, wie so eine feminine, ja, zierliche Person denn zu solchen Taten fähig sei. Und da dann eben das Bild immer wieder schilderte von dieser fremden Bedrohung, die, ja, eben nicht nur den Terrorismus, aber auch die Frauenemanzipation in die Schweiz brachte und dann gleichzeitig, ja, doch eben die Figur des Opfers, der zierlichen, zerbrechlichen Frau. Und da eben schildert das Bild, da geht es auch auf eine Art nicht auf, aber das ist häufig in den Medien ja der Fall, dass die Bilder eigentlich sehr widersprüchlich sind und häufig auch in sehr stereotypen Bilder münden. Das heisst, wenn ich das auf den Punkt bringe, anhand dieser Petra Krause, könnte man die These aufstellen, für die Schweiz in diesen 70er Jahren, in diesen späten 70er Jahren war der Terrorismus etwas Unschweizerisches und etwas Weibliches und deshalb auch total Fremdes. Ja, tatsächlich war das, oder so wurde es stilisiert als etwas überhaupt nicht eben zur Schweiz zugehörig. Da wurde dann häufig auch die Schweizer Frau, die gute Hausfrau konstruiert oder quasi der Petra Krause und anderen Terroristinnen entgegengestellt. Also das waren die gefährlichen Frauen, die diese Ideologien des Feminismus und auch eben der Gewalt in die Schweiz brachten und eigentlich sei die Schweiz doch so ein zufriedenes Land, so ruhig, so idyllisch wie eben zum Beispiel dieses Städtchen Bruntrut im Jura. Das wurde dann immer so dargestellt, als ob im Bruntrut noch nie etwas passiert wäre. Ja, eben quasi die Anschläge der jurassischen Separatisten wurden total ausgeblendet, sondern eben diese Idylle der Schweiz eigentlich stilisiert, um diese Konstruktion aufrechtzuhalten, des gefährlichen Auslands Italien, Deutschland, zum Teil auch Frankreich und eben die Schweiz, die eigentlich wie überhaupt nichts damit zu tun habe. Die Schweiz eine Insel? Ja, so wurde ja dann geschrieben häufig, eben als dann dieser zum Beispiel Terroristenprozess im 78 in Bruntrut stattfand, die Schweiz eben jetzt doch keine Insel mehr, sondern eben eigentlich Terrorismusland, eben und nein, nicht Terrorismusland, sondern Tourismusland für die Terroristen und eben ja, logistisches Zentrum und das wurde dann schon auch verhandelt, aber eher als eben Angst, dass dieses Fremde eindringen würde in die Schweiz. Und dies auch wieder häufig an diesen Frauenfiguren, die eben einerseits von der äußerlichen Erscheinung so harmlos daherkamen wie das Mädchen von nebenan und man da eben gar nicht mehr sicher sein könnte, weil es könnte ja jede Nachbarin eine Terroristin sein. Und so hat man quasi auch Unsicherheit gestiftet, vielleicht um auch dann eben so eine Abstimmung zur Bundessicherheitspolizei zu gewinnen. Das ist ja dann nicht gelungen. Aber ja, es herrschte so sehr viel Unsicherheit, weil tatsächlich eben das Thema war, ja, der Terrorismus ist nicht auf Anhieb erkennbar. Es ist nicht, der Terrorismus passiert nicht oder ist nicht zu erkennen in irgendwelchen Figuren des bärtigen Manns, wo man gleich weiß, das ist ein, ja, das ist ein gewalttätiger Verrückter, sondern eben in irgendwie unscheinbaren, harmlos aussehenden jungen Frauen. Das sagt Dominique Grisa, die Historikerin, die auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. Es trägt den Titel Gendering Terror, eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz. Greifbar ist es im Campus Verlag. Es trägt den Titel Gendering Terror,